Die beste Tastatur der Welt Für Gaming und viele andere Dinge Mit Multicolor Von Walkhead Die ISKU FX Hallo Leute, ich stelle euch heute die Walkhead ISKU FX4 Eine Tastatur, die super geil ist und ich mir extra wegen der RBG Hintergrundbeleuchtung und wegen den Makros geholt habe Zu der Tastatur habe ich noch kostenlos die Walkhead Siva Kopfhörer dazu bekommen Das sind einfach ein paar ganz normale Handy Kopfhörer mit eingebautem Mikrofon Aber darum geht es jetzt nicht in diesen Unboxing und deswegen tun wir sie erstmal weglegen Schauen wir uns jetzt mal an, was die Tastatur alles bietet Sie bietet eine Multicolor Funktion, die man in 6 verschiedenen Helligkeitsstufen einstellen kann Dann gibt es noch die Easy Shift Funktion, mit der man durch Drücken von Shift Tasten, die schon belegt sind, mit anderen Funktionen belegen kann Genauere Infos gebe ich später noch dazu Insgesamt gibt es 36 Makros und dazu noch 3 Daumen Makros, die man leicht mit dem Daumen erreichen kann Es gibt über 180 programmierbare Tasten und dann gibt es noch 25 und viel mehr Funktionstasten Aber das krasseste von allen ist, man kann die Tastaturbeleuchtung auf 16,8 Millionen verschiedenen Farben einstellen Ich würde sagen, wir reden jetzt nicht um die heiße Tastatur herum und packen sie endlich aus So erstmal die Klappe hier öffnen und dann das Ding ins Kirchen hier wegwerfen Oh Scheiße So und schon haben wir einen wunderschönen schwarzen Karton Machen wir die mal auf und hier ist die wunderbare Jetzt Bleibt doch Bleibt doch Bleibt Verfickt Nochmal Bleibt doch verfickt nochmal auf ey So und hier haben wir die Tastatur Folie weg Und schon sehen wir hier die Tastatur Juhu So noch in den Karton befindet sich eine Bedienungsanleitung Wir wissen natürlich alle, wo sie hingehört So rein damit und äh Entschuldigen Sie mal, wer fehlt das Scheiße eigentlich Wir zeigen Sie ruhig und arbeiten Sie weiter, sonst lernen Sie beide eine Brücke von unten kennen Aber äh Nix aber ähm Hast du gemeistert? Äh Hast du gemeistert? Hm So ein Scheiße zu mir Halt keine Lust mehr Und hier sehen wir schon die wunderschöne Rocket Tastatur Der ihr Design mir sehr besonders gefällt Vor allem hier mit diesem Klavierlack in der Mitte Und außenrum mit diesem sehr, äh, sehr rauen und sehr matten Design Und dann nochmal mit dem Rocket, äh, im Klavierlack Das gefällt mir sehr und es sieht sehr edel aus So, schauen wir uns mal die Makrofunktion ein Es gibt insgesamt 8 Makros, wo hier blau markiert sind Und durch das Drücken von der Easy Shift Taste Stehen dann nochmal diese 28 Tasten mit anderen Funktionen als Makros da Das bietet eine sehr große Makroauswahl Des Weiteren gibt es oben eine Anzeige, die einen anzeigt, welches Profil gerade eingestellt ist Und eine, wo zeigt, ob man gerade ein Makro aufnimmt Wenn wir weiter nach rechts schauen, kommen die Funktionstasten Die sind sehr nützlich sehen, wenn man zum Beispiel Musik stoppen möchte Man kann sie natürlich auch mit anderen Funktionen belegen Auf der Rückseite gibt es zwei Ständer, hh, hh, Ständer gesagt, die man ausklappen kann Noch schön ist, dass es an der Tastatur einen Haufen Anti-Rutschgummi gibt Sodass die Tastatur gar nicht wegrutscht In der mitgelieferten Treibersoftware kann man natürlich die Makros super einstellen Es gibt einen Haufen Voreinstellungen, aber man kann auch trotzdem die Makros selber ganz einfach programmieren Es gibt auch viele Voreinstellungen zu spielen und was weiß ich sonst noch was Bei der Farbauswahl der Tastaturbeleuchtung gibt es Zuallererst gibt es eine kleine Auswahl an mehreren Farben Und man kann natürlich auch einen Glüheffekt anmachen Natürlich kann man auch jede beliebige andere Farbe einstellen, die man haben möchte Oder so etwas wie ein Farbendurchwechselmenü, wo jede Farbe mal kommen wird Das steht jetzt gerade in Zeitraffer, also das ist nicht so schnell, das ist viel langsamer Was man noch kann, ist bestimmte Tastensperren, damit nichts passiert, wenn man aus Versehen mal ins Spiel draufkommt Die Geschwindigkeit und Länge der Lichteffekte verändern Die Sprachansagen des Programmes aus- oder anmachen oder lauter machen Ein Dim-Timer setzen, ab wie vielen Minuten die Tastatur weniger leuchten soll Oder die Helligkeit der Tastaturbeleuchtung verändern Es gibt auch noch sowas wie Statistiken, in denen ihr sehen könnt, wie oft ihr jede Taste gedrückt habt Hauptsächlich die WASD-Tasten Und natürlich gibt es dann da auch irgendwie Erfolge, wo man erringeln kann Aber ja, wer braucht sowas? Das ist eher eine lustige Rumspielerei Mein Fazit zu dieser echt geilen Tastatur ist, dass sie einfach richtig super ist Manche sagen jetzt, da ist ja überhaupt kein integrierter Bananenschein-Schäler dabei Aber man kann ja nicht alles haben bei einer Tastatur Und dass da jetzt zum Beispiel keine USB-Ports dabei sind oder so Ist jetzt zweitrangig, das ist eine geile Tastatur Amazon-Links sind in der Beschreibung, also kauft sie euch Bis zum nächsten Mal, haut rein Leute So, Arbeit verrichtet und jetzt erstmal einen runterholen Was hab ich Ihnen zum Runterholen an der Arbeit gesagt? Raus, wir sind gefeuert Also, wir müssen aber ein Wir müssen aber ein Ausdruck Bis zum nächsten Mal, haut rein! Musik Ach komm, sie können mich doch jetzt nicht einfach feuern Boah, Mann, so ein Spastel, das war's